Wir bauen die Werkzeugbude um. Wie ihr seht, hat diese Werkzeugbude zwei Türen und das, obwohl sie nur vier Quadratmeter groß ist. Auf der einen Seite ist Gerätschaft und Werkzeug und auf der anderen Seite ist auch Gerätschaft und Werkzeug. Und das ist ja nicht so praktisch, deswegen dachten wir uns, wir bauen nicht nur ein Fenster hinten ein, nein, wir bauen auch innen um und werden eine Sauna installieren. Hier zwischen ist eine Wand und die Wand werden wir verkürzen hinten und dann stattdessen auf der Seite eine neue Wand näher zu uns machen. Also dieser Raum wird verkürzt. Dadurch haben wir zwar weniger Platz für Gerätschaft und Werkzeug, aber man konnte bis jetzt eh nicht gut ran, weil dieser Raum so tief ist, dass man die Sachen nicht wirklich gut rausnehmen kann und auf diese Art bringen wir das Werkzeug näher an uns. Und in der frei werdenden Ecke hat der Saunaofen Platz. Doch zuerst bauen wir hinten das alte Fenster ein. In jeder Sauna braucht es ein wenig Ausblick. Dazu verstärken wir die Holzkonstruktion rund um die ausgeschnittene Öffnung in der Holzwand. Außen wird eine Holzeinrahmung angebracht. Und dann wird die Sitzbank montiert und fertig. Der Raum ist klein und daher brauchen wir nicht viele Saunasteine. Und für den Saunaofen brauchen wir Ofenschwärze gegen Flugrost und für die Ästhetik. Die Sauna ist so klein, dass sie in 15 Minuten voll aufgeheizt ist. Und danach wartet die Abendstimmung in der Hütte auf uns. Gina gr quiser, nein wir meinen großen cooperball und darst uns herr. Wie machen wir von der Hütte auf uns? Untertitelung." Musik 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 Vielen Dank.